Inschrift lesen Und jetzt? Achso, keine Reaktion. Alles klar. Muss wahrscheinlich erst noch aktiviert werden. Oh. Wir können es ja mal versuchen. Okay, könnte klappen. Aber ich würde gerne Warn austauschen. Ach, wir machen es mal kurz an, dass wir legen mal kurz Bash rein, Fran weg. Walt hier weg, weil Fran kann heilen. Na komm. Ähm. Stein, schlafen, schlafen, kampfen, irgendwas mit Nadel, ne? Nee, Prinzessin kusset, halt schlaf. Komm mal an, aufstehen. Oh. Ich finde, wir haben gut trainiert. Mhm. Ja, eine Runde Luft trinken. Yeah. Fran mit dem Pfeil im Mund. Was für Siegerposen. Ach, Wasser ist down. Alles klar. Passiert. Äh, Kampfmitglieder. Bash wieder weg. Bald wieder raus. Beziehungsweise ganz kurz. Penelo. Weil die rätst eben. Ähm. Brot ist es wichtiger als Ressen. Okay. Ja, kann es wirklich sein. Vielleicht ist es Kampf entscheidend. Status unbekannt? Der lebt doch noch. Oh mein Gott, wo ist Vosla hin? Äh, hinter mir verbirgt sich etwas. Okay. Vosla ist auf jeden Fall weg. Unbekannt. Verschollen. Ein altes Portal. Mal schauen, was wir hier finden. Oh, nicht nochmal. Mal schauen, was wir hier machen. Mal schauen, was wir hier machen. Mal schauen, was wir hier machen. Okay. So, jetzt reicht's. Das hauen wir einfach mal so durch. Und was passiert jetzt? Oh, er ist stehen geblieben. Alles klar. Sehr nice. Na ja, erstmal hinkommen. Und los geht der Spaß. Oh, und drauf da. Oh mein Gott, kriegt der aufs Maul? Oh, Vosla ist wieder da. Wo war der denn? Oh, ich bin stumm. Hallo, Penelo. Bitte einmal entstummen. Dankeschön. Oh, was macht der jetzt? Was war das? Haben wir es besieg? Okay. Irgendwie nicht mitbekommen, dass er draufgegangen ist. Na komm, weg. Auf jeden Fall ist es echt gut, dass wir trainiert haben. Ich weiß nicht, wie wir hier draufgegangen wären, wären wir jetzt immer noch Level 15, 16. Auf jeden Fall ist Vosla wieder da. Keine Ahnung, wo der abgeblieben ist. Warum hat der eigentlich nur so wenig Leben? Können wir den nicht mal ein bisschen aufpimpen? Nicht wirklich. Vosla ist und bleibt eigentlich einfach ein gammeliger Gast, der einfach mal ab und zu abkackt. Ist halt so. Und das ist nix. Okay, so tief ist der Tempel nicht. Kann ich mehr weit nach links gehen? Wieder ein altes Portal. Padam. Na gut, ich nehme es zurück. Man kann aber in die Höhe und Dings ziemlich weit hoch und runterlaufen, so wie es ausschaut. Und das ist nicht so. Es tut mir leid, es tut mir leid, wenn sie so schnell wie ein Ort sind. Aber ohne Hilfe, du und ich sind nichts. Ist das nicht so? Er denkt immer und immer an seine eigene Profite. Er hat ihn, und er wird in der Lage sein. Ich habe keine Vertrauen in Ihre Majestät. Wir werden das später weitergehen. Jetzt müssen wir uns beschäftigen uns mit den Dawnshard finden. Es schlägt in der Zeit, irgendwo deep in der Mitte. Wie kannst du sicher sein? Ich kann den Anrufen hören. Okay. Ich sehe komm, dass wir jetzt irgendwie noch, keine Ahnung, zwei Folgen hier rumgeistern und rumirren werden. Ich habe zwar da unten wieder ein paar Teleportsteine gefunden. Keine Ahnung, wo die uns hinführen. Aber ich werde jetzt erst einmal hier die Karte nehmen. Danke für die Karte. Okay, geht ja noch. Ja, geht wirklich. Und was ist das hier? Wir gucken mal, ob der uns zum Eingang zurückführt. Und wenn ja, dann muss ich leider vorspulen. Ja, das ist der Eingang. Und wir können wieder zurück in die Mitte. Überspringen den ganzen langen Weg. Oh, wie süß. Fledermäuse. So. Ich mache es doch jetzt mal ein bisschen schneller. Ich meine, es sieht ja schon gut aus hier. Aber es ist jetzt einfach nur ein Weg runter. Oh, das erinnert mich wirklich an einem Map aus, ähm, aus, ähm. Da ist eine Kiste. Okay. Aus Ragnarok Online. Damals die Pyramide. Oh Mann, ja. Das hat mir echt Spaß gemacht, in der Pyramide rumzufarmen. Skelettons, äh, doch Skeletton-Karten sammeln. Um ganz, ganz unten gegen MVP Osiris zu kämpfen. Quietsch. Okay. Süß. Irgendwas das? Okay, auch irgendein Wund-Opfer ist jetzt nicht weiter schlimm. Alles klar, ich glaube, ich lasse es auf dem Speed. Ist nur nach meinem Geschmack, muss ich sagen. Dann. Ich muss in beiden Richtungen irgendwas aktivieren, damit wir geradeaus weiterkommen, so wie es ausschaut. Vielleicht einfach die ganzen Töpfe hier kaputt hauen. Lagos. Ähm. Oh. 10 Gil, 38 Gil, 41 Gil, läppert sich ja so langsam. Kleid, wie man es auch muss. Ich kann mich an diese Map von damals nicht erinnern. Also da hat Julian, glaube ich, gespielt gehabt und ich habe es nicht mitgeguckt. Vielleicht bin ich eingeschlafen oder so. Was ist das denn für ein komisches Geräusch? Ach. Chillige Gegner da unten. Ähm. Mit, 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 mit einer Wand, hä? Oh, okay. Oh, okay. Alles klar, ich habe die Orientierung kurz verloren. Kiste. Oh, ne. Hier ist er doch. Der Schandort scheint inaktiv zu sein. Okay. Na gut. Wie schaut das unten unser Level aus? Ach so, ich muss auch die beiden mitnehmen, die auch wieder Level bekommen müssen. So, zack, kaputt. Ich weiß echt nicht, was zu tun ist hier. Ne Falle. Sehr gut. Und ein hastiger Splitter erhalten. Die Katzen spielen schon wieder unter der, unter der Heizung. Haben wohl irgendeine kleine Mücke gefunden. Und Mali war halt grad schon erschrocken. Nihel erhalten. Okay. Äh. Ausrüstung. Anscheinend nix, was an der Ausrüstung zu tragen ist. Na, okay. Egal, wir rennen einfach mal. Vielleicht können wir ja jetzt diese eine, ähm, den einen Wegfall aktivieren. Der hier. Okay. Erstmal die komische Fledermasse töten. Okay. Dann hab ich's noch nicht rausgefunden, wie's gehen soll. Wir machen das mal mit dem anderen. So. Sitcher, sitcher. Na, doch mal Kiste. Ah, komm, kämpf einfach. Echt jetzt? Haha, rennt der Fledermasse hinterher. So. Es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, da runter zu kommen. Vielleicht hab ich auch nur den Hebel übersehen, um da irgendwas zu aktivieren. Schnell schauen, dass wir irgendwas finden. hm. 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 nicht, was zu tun ist. Wir können natürlich diese ganzen komischen Statuen hier wegballern und überall nach dem Hebel suchen, aber ich sehe halt keinen. Jo, ein Flammenstock. Moment, können wir den echt vielleicht geben? Ah, super. Und hier ist wieder eine Mitte. Frankl-Stufe 27, sehr gut. 97 und 3. Ganz groß, Kino. Na, da ist doch der... Ne, ist er doch nicht. Ich dachte, hier wäre der Teleportstein. Da ist er. Scheint inaktiv. Was geht? Was soll ich denn hier tun? Ah. Komm schon, wer entsteh auf? Und aufgeweckt. Na ja, Brot ist es halt wichtiger als aufwecken. Und jetzt aufwecken? Oh, wir sind wieder wach. Okay, alles klar. Das ist echt merkwürdig. Und das gleiche müssen wir jetzt doch nochmal auf der anderen Seite machen. Oh, nein. Nein. Shit, 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 shit. Warte mal, wie kamen wir da am schnellsten hin, wenn wir da langlaufen? Ich glaube, den unteren nehmen. Tap, 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 tap. So. Hm. Ich verfehle immer, bevor ihr euch fragt, was ich da mache. Ich verfehle immer, wenn die Gegner angreifen, will ich irgendwie mit X Kisten öffnen oder Türen öffnen. Und es klappt irgendwie nie so wirklich. Oh, nein. Ein Todesab. Hat er mich getötet? Nee. Gleich da. Nur noch ein paar Meter. So. Theoretisch da. Toll. Ah, wir haben Öl. Alles klar. Irgendwas, das dagegen hilft. Die Seife, die wir bekommen haben. Okay, Moment. Da Balty noch so wenig hat, können wir Balty ja eigentlich zum Item-Verschleuderer werden lassen. Seife. Immer, wenn irgendwer Seife braucht, kann Balty jetzt Seife einsetzen. So. Auf, äh, einverbündeten. So. Und zack. Und ne Runde duschen. Oh mein Gott, das braucht ewig, bis er das eingesetzt hat, alles. Ah, alles klar. Ja. Ich glaube, das ist der Weg nach unten, oder? Oh mein Gott, das ist der Weg nach unten, oder? Ja. Er ist auch kein Magier. Er haut einfach nur drauf. Äh, wo sind wir? Hier, ah, hier sind wir. Alles klar. Ich glaube, wir kommen... Oh, Gegner. Zeit wieder verlangsamen. Kann man da irgendwas ziehen? Oh mein, das ist ein Schatz, ups. Oh cool, der hat einen Fuchsschwanz. So war nicht Ifrit, oder? Ach, der geht so schnell, da geht's so schnell, Dauern, Wahnsinn. Belias. Ich hätte zuerst gedacht, dass er Ifrit... kam ja mehr, 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 mehr! Na toll, ja, dass die alle mit Öl vollgeschmiert. Na komm, wir haben ihn gleich. Ernsthaft? Wirkt er jetzt noch gerade? Oder ist der down? Oh, ich will den Zauberstab haben. Oh, Beschwörungslizenz. Dämoni Bilias. In vain glory they arose, shouting challengers at the gods, but prevail they did not. Their doom it was to walk the mist until time's end. A legend of the Nemo. My family tells a story of the Dynast King and an Esper. The story goes that in his youth, the Dynast King defeated a mighty Giggis, for which the gods took heed of him. Thereafter, it was ever bound to him and thralled him. So, all this time it's been here guarding the Dynast King's treasure? Not so. The Esper is the Dynast King's treasure. That's your treasure? In this Esper we now command, rests the power whose worth is beyond any measure. Is that so? Call me old-fashioned, but I was hoping for a treasure whose worth we could measure. Oh, erstmal wieder waschen. Okay, wir haben einen Aufruf. Und jetzt? Wo geht's jetzt weiter? Ach so, hinter der Türe. Wo geht's jetzt weiter?